Dann kommet, oh kommet doch ein Zur Krippe hierhin Das Christuskind ist schon geboren, oh weh Es ist heute Weihnachten, das weiß man doch ganz genau Heute ist es 2 vor 5 Super, bravo! Jetzt kommt noch eins Okay, was kommt jetzt? In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei Gibt es manche Leckerei Für Chanel und Milch macht mancher nicht eine riesengroße Leckerei In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei Super!